Hallöchen und willkommen zurück zu meinem Infovideo, also ein weiterer Infovideo auf jeden Fall, denn ja, da sind ein paar Informationen, die ich euch gerne vermitteln möchte, das ist sehr wichtig, es geht natürlich wieder um Twitch TV, was denn sonst, ist ja zur Zeit das Hauptprojekt, sag ich mal, bei mir, denn ich möchte neben YouTube ja auch mal ein bisschen Twitch TV machen und ja, da muss ich halt mal die Informationen auch fließen lassen, sonst wisst ihr ja nichts, was ich da gerade treibe oder sonst was, viele schreiben mich auch an, ey, du bist gerade online, warum redest du nicht in Twitch TV, ja, weil ich gerade an einer Einstellung arbeite und so etc., deswegen möchte ich euch mal ein bisschen heute die Information vermitteln, was ich da jetzt vorhabe, fangen wir am besten an mit Sendeplan, also, ihr werdet jetzt, sag ich mal, in den nächsten drei bis vier Wochen, jeden zweiten Tag mal von mir auf Twitch TV hören, warum das Ganze, ich möchte mal, meinen Kanal mal ein bisschen, ja, sag ich mal, ja, ich vermittle Ja, genau, vermitteln ist das richtige Wort, denn viele wissen gar nicht, dass ich Twitch TV mache, ist ja auch verständlich, denn das ist ja ein ganz neues Projekt von mir und das möchte ich euch gerne vermitteln und die meisten sind jetzt irgendwo in den Ferien, Sommerpause, Sommerloch ist da, man merkt das auch in diversen anderen Spielen, da sind einfach die Leute nicht da, aber die kommen nach einer Zeit wieder, deswegen wird dieses Video auf meiner Startseite auf YouTube ganz oben sein, dass jeder das Video mal sehen kann, ne, dass man überhaupt sieht, ey, Sakati macht Livestream, geil, werde ich dabei sein, ne, das ist wichtig und, ja, die Leute, die jetzt das Video zum ersten Mal sehen, dass ich überhaupt Livestream mache, geht direkt unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auch meinen Twitch-Kanal, einfach mal vorbeischauen, auch verfolgen drücken, denn nur dann kriegt ihr halt per Mail-Informationen, also die Information, ey, Sakati ist grad live online, komm mal bitte vorbei, ne, sonst wisst ihr ja gar nicht, wann ich streame, wie gesagt, jeden zweiten Tag werde ich da mal ab und zu mal streamen, äh, ja, steht auch hier, wie man schön sehen kann, wann ich streame und, ähm, ja, jeder zweite Tag natürlich, weil ich zwischen den Tagen auch meinen YouTube-Kanal mit den Videos, äh, sag ich mal, ja, befüllen muss, weil ich hab ja laufende Projekte, die müssen auch weitergehen, das ist klar, deswegen brauch ich immer diesen Puffer, ähm, wie lange ein Stream so geht, das hängt von euch ab, denn wenn nur zwei, drei Leute vorbeikommen, ja, tut mir leid, dann werde ich auch nicht vier, fünf Stunden streamen, denn vier, fünf Stunden streamen, für zwei, drei Leute, das ist zu viel, das geht nicht, deswegen, umso mehr Leute da sind, ne, umso mehr aktive Leute da sind, umso länger geht der Stream, so einfach ist die Regel, das ist nicht mal eine Regel, sondern das ist einfach, ja, sag ich mal, logisch, weil, wenn mehr Leute da sind, macht das auch Spaß, denn dann kann man auch chatten nebenbei, das hat sehr gut am Samsung funktioniert, da waren wir acht, neun Leute, fand ich richtig gut, für den ersten Sendeplan, waren viele Leute da, haben auch viel geschrieben, dann nach dem Ende, so, sobald es so ein bisschen 23 Uhr war, dann waren die meisten wieder weg, ist ja nicht schlimm, die wollten was anderes machen und sonst was, aber, weil, fand ich ganz gut, acht, neun Leute, das war eine schöne Leistung, auf jeden Fall, weiter so, und, ja, wie gesagt, ähm, das Ganze ist ein Projekt und das hängt an, also von euch ab, ob das ein, ja, sag ich mal, erfolgreiches Projekt, Projekt sein wird oder halt nicht, wenn das nicht erfolgreich wird mit einem Livestream, dann muss ich das auch beenden, weil, es bringt nicht da Zeit zu investieren, um am Ende dann nur ein paar Leute zu unterhalten, das bringt mir einfach nichts, das frisst sehr viel Zeit, hab ich bemerkt, Twitch TV, und, ja, wenn jeder mitmacht, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, mal ein Freund, Freundin, Familie, Onkel, was auch immer, den Kanal mal geben, wenn ich live bin, ne, einfach mal hier, hey, sag Kati, kennst du es zwar nicht, aber hier, schau mal vorbei, äh, vielleicht interessiert sich das Spiel oder die Unterhaltung oder sonst was, ähm, ja, das ist sehr wichtig, dass man da ein bisschen vorankommen, ne, ja, der Sendeplan hier bezieht sich, also jeden zweiten Tag, äh, jeden zweiten Tag, nur drei bis vier Wochen, denn ab der dritten, vierten Woche, also in vier Wochen, wird noch was passieren, und zwar, stream ich ja zur Zeit mit 16k Leitung, das heißt, die Qualität von meinem Stream ist nicht gut, das muss ich zugeben, das ist aber halt bei der 16.000er Leitung so, demnächst in drei bis vier Wochen ist mein Schaltungstermin, dann kommt die 50.000er Leitung, VDSL, ja, dann geht's dann richtig ab, dann kann ich auch auf Full HD streamen, hängt auch vom Spiel ab, was ich streame, aber, dann ist auch Full HD möglich, das heißt, noch besserer Qualität, noch was besseres für euch, und, ja, das ist auch sehr wichtig, und deswegen, so, ähm, deswegen beläuft sich dieser Sendeplan jetzt nur für drei bis vier Wochen, ab dann, wenn, dann in drei, vier Wochen, wenn ich sehe, okay, Livestream lohnt sich, der Kanal Livestream, also Twitch TV ist aktiv, die Leute wollen das auch, die wollen sehen, wollen diese Unterhaltung, dann kommt ein fester Plan, ne, dann kommt auf jeden Fall ein fester Plan, das heißt, dreimal in der Woche, feste Termine, und ich werde jetzt nicht feste Spiele reinmachen, denn wir werden alles spielen, also, grad Twitch TV bietet ja diese Möglichkeit, ich kann alles spielen, ne, und da, das können wir echt ausnutzen, dass wir jeden, jeden Gedönster spielen, und, ja, da gibt's jetzt keinen festen Spielablauf, was wir spielen, wir werden alles spielen, deswegen, aber was für genaue Spiele, das kommt ja mit der Zeit noch, ne, das ist jetzt nicht mal so wichtig, Fakt ist, erst mal alles auf die Beine zu, ja, zu realisieren, das Ganze, ne, das ist ja ein Projekt, und das muss halt irgendwie, ja, auf den Beinen erst mal stehen, so, ähm, wichtig ist, wie gesagt, jeden zweiten Tag kommt der Stream, wichtig ist für euch jetzt, dass ihr, ja, ja, wie, wie wisst ihr jetzt, wie viel Uhr das stattfindet, klar, 18, 20 Uhr kann das Stream starten, äh, stattfinden, aber dann denkt ihr, oh, ist heute Dienstag oder Mittwoch, deswegen ist es wichtig, dass jeder mal auf meine Facebook-Seite geht und mal den Gefällt-mir-Button klickt, nicht, um mich geiler zu machen oder sonst was, ne, ne, sondern, wenn ihr den klickt, kriegt ihr auch die Information, weil ich werde jeden Livestream, eine Stunde oder zwei Stunden vorher, auf meiner Facebook-Seite ankündigen, indem ich sage, yo, Leute, heute spielen wir Dark Souls, ne, oder Ragnarok Online oder Pokémon Stadium, was auch immer, spielen wir heute, also, in zwei Stunden bin ich online, nur da kriegt ihr die Information, ich werde nicht jedes Mal so ein Infovideo auf meinem, ähm, YouTube-Kanal posten, denn dann würde ich meinen ganzen YouTube-Kanal mit diesen Informationen durchspammen und das bringt einfach nichts und das dauert auch, das Hochladen, ne, das macht keinen Sinn, Facebook ist schneller und jeder, der Facebook hat, soll da mal, ähm, mal meine Seite mal besuchen, die findet ihr unter der Videobeschreibung, deswegen unter der Videobeschreibung, warum sage ich das immer, unterm Video, genau, findet ihr die Beschreibung, dort könnt ihr, könnt ihr die Facebook-Seite besuchen und dann auch liken, ist wichtig, nur so könnt ihr auch jedes Mal die Information, äh, bekommen, klar. Ähm, nächstes Thema am 9.8. wird ein besonderer Tag sein, das ist, ja, circa in einer Woche, Samstag ist das, da werde ich, wenn, wenn ich, also nächste Woche ist eigentlich ausschlaggebend, ob das stattfindet, denn wenn dann nächste Woche der Stream, wo ich streamen, aktiv sein wird, also viele Leute besuchen den Stream, dann werde ich am 9.8. ein 12-Stunden-Stream starten. In diesen 12 Stunden, natürlich, wird alles gespielt, also alles, ich werde mir dann einen Plan machen, ich verrate jetzt auch nicht, was ich spiele oder sonst was, klar, nicht jeder kann 12 Stunden hocken, deswegen, ja, die einen oder anderen gehen, dann kommen wieder andere, das ist okay. Fakt ist, da müssen ja halt mal mehr Leute zuschauen, sonst lohnt sich so das Ganze halt nicht. Sonst werde ich nicht moderieren, denn 12 Stunden moderieren, das geht in den Hals rein, das könnt ihr mir glauben, ich habe letztens 6 Stunden moderiert und da war mein Hals so trocken, obwohl ich die ganze Zeit getrunken habe, das geht richtig auf den Hals. Aber Fakt ist, 9.8. könnt ihr auch auf euch aufschreiben, das wird ein cooler Tag auf jeden Fall sein. Und jetzt kommt die allerletzte Information für heute, ich möchte das Video heute nicht mal lang gestalten, soll ja nur ein bisschen Information da sein. Facecam, genau, habe ich auch ein paar Mal gesagt, das werde ich auch machen. Finde ich sehr, ja, sehr gut, weil gerade bei Twitch-TV kann man ja jeden Mist spielen und Facecam macht das eigentlich noch irgendwie spannender und besonders, weil man kann nebenbei auch chatten und, ja, kommunizieren, das ist halt so eine geile Sache. Deswegen Facecam auch, aber auch ab einer gewissen Zuschauerzahl, das müsst ihr echt verstehen, weil wenn ich dann 2, 3 Leute habe und da Facecam anmache, und dann 5 Stunden lang, das bringt nichts, das bringt wirklich nichts. Dann würde ich dann lieber auf YouTube gehen und dann in den 5 Stunden dann vorproduzieren, ein paar Videos und dann die hochladen, das bringt dann viel, viel mehr. Deswegen sage ich mal, ab 10, 15 Leute, die zuschauen, mache ich auch Facecam an, die ist schon da, alles ist schon vorbereitet, also keine Angst. Und dann würde ich auch Facecam anmachen, kein Problem. Also, Thema 1, Sendeplan, seht ihr hier, Thema 2, 9.8. Und Thema 3 wichtig, Facebook-Seite besuchen, nur da findet ihr die Information. Und Thema 4 für heute, Facecam, das wird auch stattfinden, also das wird es auch geben, dieses Feeling. Und, ja, da würde ich schon mal sagen, falls ihr noch Fragen habt, irgendwas, postet das unter diesem Video, denn nur so kann ich euch helfen bzw. eure Fragen beantworten, das ist wichtig. Oder gebt einfach Feedback, wie ihr das findet, was ihr da findet oder sonst was. Also, einfach posten, posten, posten und, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis hierhin, euer Sackadies.